Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Liefel League mit Svestel und mir Erik von Gamer von GameStar D. Ja, Liefel League, jetzt endlich mal mit Ansage hier. Letztes Mal war ja einfach eine spontane Aufnahme, hat man aber auch gesehen. Und ja, jetzt legen wir mal los. Ähm, ja. Los geht's. Oh, diese Außenmusik. Oh, die Musik ist Hammer. Ey, krass. Warm, Junge. Oh, wahrscheinlich. Ich mach dich fertig, Junge. Liefel League. Ich hab auch einen League. Oh, ich sei. Ich hab auch einen League. Oh, nee, ich glaub ja. Oh, was? Ich hab genau reingefahren, super. Los! Jawohl. Jawohl. Ich weiß ja nicht, was deine Fähigkeit ist, Mann. Der hat nicht geschlagen! Egal, diesmal haben wir ja mehr Leben. Nein! Wie der mich immer wegschlägt, ich vergesse das jedes Mal, ne? Das ist das Beste am Spiel. Ja, das ist das Beste am Spiel. Nicht, nicht das Ballspiel, sondern... Alter! Oh, Junge! Frag mich, was deine Special Dings ist. Junge. Na, warte. Oh, Junge. Ich hätte ihn nicht annehmen dürfen. Huh! Wieso fliegt der nach unten? Was? Boah, du bist ein kleiner Arsch, ne? Ich boxe dich doch sowas von weg, ne? Ja, alles klar. Ich will an der Decke fahren. Was macht der, der fällt das mal genau in den Ball runter? LOHT! Warte, ich riecht nur, du Penner! Ja, warte. Ich riecht mich! Ich riecht mich! Ich riecht mich! Warte! Ich riecht mich! Oh, Shit! Du hast nicht geschlagen! Ich hab geschlagen! Scheiße, ey! Wir wissen, was deine Scheiß-Fähigkeit ist, Mann! Ich riecht mich! Da wär sie grad gekommen! Voll! Das ist ja auf Zeitbegrenzung noch, ne? Das ist immer so! Ja! Mhm! Mhm! Der fliegt natürlich genau da rein, ne? Alles klar. Ja! 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 Du bist so ne Hure, Alter! Ja! 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 š ! Alter nein! Ich will nicht! What the fuck! 万aire! Wutda f storage! were the fuck! Aber ich hab grad ne Errungenschaft reingeschaltet! Alter! Was war denn das? Ja, wenn du auf 1000 kommst, dann verändert sich die Matrix. What the fuck, ey! So, da Shit, Alter! Ey, schlagen! What the hell? What the hell? Jawoll! In meiner Ulti kann ich die Richtung vom Ball ändern. So, echt? Jo. Wieso ist der nicht mehr in der Decke? Ach so. Nein! Da war ich umgedreht. Ich schlage! Also mich schlägst du nicht. Ach so, ja, ich vergesse es jedes Mal. Ja, wie soll ich da rankommen? Leute! Oh nein! 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 Das war's recht, Junge, das macht echt Spaß. Nein! Ach, verdammt ver Cack... Ja, wir kommen. Oh hohohohohoho! Damit hab ich nicht gerechnet. Ich muss jetzt in die Ski spielen. Alter, lag. Ja, da muss ich auch gerade lag. HOLY FUCK! Alter... Spiel! SPscenes jetzt mal... rated! Ich hab' da. Ich hab' ich nicht getroffen. Nein! Oh fuck alter, jetzt kommt's noch an, ne? Warte, der macht nicht von mir! Versteh ich denn nicht. Alter, das lief so gut für mich, ne? Boah, immerhin nen neuen Skin unlocked. Boah, alter! Warte mal, was passiert nochmal bei der 1000? Da verändert sich die Matrix, oder was? Ja, auf jeden Fall wird dann alles anders. Also, es wird ja der Hintergrund anders. Alter. Nehmen wir mal den Dice, Jünger. Heftig, okay. Ne Runde ist noch drin. Bestes Lied. Na man. Na... Get ready! Playball! Ach, so geil. Okay. Ich muss später noch was nachkopieren. Was ist denn? Ich glaube, das Lied hier, was sie gerade spielt... Ich glaube, das kam in Bell blockierter auch vor. Oh! 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 Ja! Ja! Leut! Das war ein fucking Top-Spill. Keine Ahnung, was das war, Alter! só... Oh, Scheiße! Bam! Wie sich auch immer die Farbe ändert, ne? Wenn man voll schnell ist. Das geht halt mir nicht. Ja,... Ich habe mich nicht geschlagen, weil er direkt meine Ulzen unterbrochen hat. Nee, darum falle ich mich noch mal rein. Ach, guck mal. Das war krass. Scheiße, der fliegt jetzt auch noch so glücklich zu sein. Weil wenn das so höre ist, dann der so schnell ist und der erkennt die man dann die Ulti hat, dann ist es quasi unmöglich. Und die kann ja jeder sich anders schlagen. Ja. What the fuck, Alter? Oh, wenn er so fliegt, hast du echt eine geringe Chance, den noch zu treffen. Oh, was macht der da immer, Alter? Was denn? Ja, meiner, was macht der in seine Dinge? Wenn du vier Schläge getroffen hast, ist die aufgeladen. Ja, ja, klar, aber was macht die dann? Ja, du hast halt so einen Topps mit mir, die fliegt in eine Richtung und ab irgendeinem Punkt fliegt die zurück zu dir. Das heißt, wenn ich hier stehe, die fliegt über mich, dann kann ich mich um den Rücken treffen. Ah, oh, sehr, sehr geil. Alter, 6 Grad, echt gut. Okay. Du wichser. Du wichser. Du wichser. Oh, das heißt, ich hab schon noch mal rausbekommen. Oh, scheiße! Ja, boah! Oh, hohohohoho. Ich war ein paar Instin in meinem Gesicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Meiner kann leider nicht so hoch springen, so besch... $17 mit $18 mit Boah, ich hätte meine Ohlchen in die andere Richtung schlagen müssen, dann wäre es da gewesen. Jawoll. Okay, Konzentration. Boah, Mann! Ha, 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 ha. Huuuuh. Boah, Margealek. Boah, weil ich jetzt fängst an zu laggen, ey. Was? Ich hab die Flugbahn nicht genau gescheitert. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mann, nein! Nein, es lief so gut. Oh, it's up, ey. Fuck, Alter. Ey, das war wirklich ein lag, jetzt. Alter. Ich hab mich grad auch überspringen. Wuuuh. Oh, haben wir gleich, oh, wir haben gleich stand. Ja, schon wieder, ey. Das ist wie... Wie läuft nicht. Wie läuft nicht. Wie immer so... Oh, scheiße! Wuh! Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Boah, die sind jetzt Hammer, ey. Die gibt dir so den Flow, ne? Ja. Voll leck. Grütt. süиш. Bm, ist doch der Weg in Kと Pro Option. Nicht das, da. Ah! Du! Du! Ritzer! Alter! Alter! Mann! Ich will das ich verliere! Awesome. Hey Mo! Du musst dich hier in den Tag gehen. Da bist du falsch... NEIN! NEIN! Da bist du auf euch gelaufen! Ne, da hab ich auch gesagt, da bist du falsch gestanden... Boah, lag, alter! Ich könnte den Schall nicht... Das leckt zwar wie Sau gerade bei mir, aber... Das ist ein Witz, alter! Na ja, voll, Junge! Ich schriere, ne? Oh, die Musik fängt an! Das ist jetzt das Epic Battle! Oh, scheiss! Das... NEIN! GAME! Diese fucking Ulti! Boah, Junge, das war aßen ge... Played, Alter! Alter! Vater, ey! Das ging echt rein, ey! Ich will mal wissen, ob ich irgendwas anhabe, das... Vielleicht leckt es wegen mir! Du hast ne 37er Ping! Ne, jetzt hast du ne hohe Ping! Ziemlich hohe Ping! Mein Handy downloadet das irgendwann von dein Handy einfach mal aus! Äh, WLAN aus! Ich würd' sagen... Ähm... Wieviel Leben kannst du jedem einzelnen geben? Äh... Mal gucken! Okay! Was ist das niedrigste? Das niedrigste? Niedrigste ist eins! Eins? Okay! Ähm... Dann halt von eins bis zwanzig alles! Okay, dann mach mal zwei Leben! Ja! Und mach den Ball... Wirklich richtig schnell! Jetzt nicht so übertrieben, aber so... Wirklich schnell! So weißt du? 128 ist das höchste... Ja, dann mach... Schon zu heftig, oder? Äh... Ja, mach mal 100! WACH! Kann entweder 128 oder 64? Ja, dann 64! 60... Okay... Wen nehm ich denn? Boah, die Musik, Junge! Get ready! Flameball! Mua! Jawoll! Ooooooh! Ich kann mit einer Wand kabel, Junge! Scheiße! Nein! Sackgelack! Egal, das... Egal, das war ja eh nur so kurz zum... Zu machen! Na gut! Das war's dann mit der zweiten Folge, Leute, von Leafleak! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Hort rein! Bis dann! Ciao!